haben wir die erinnerung des wübersatz zu timberborn und wir machen jetzt mal weiter ich weiß gerade nicht wo wir genau letztes mal waren aber das wäre nichts zur sache da man kann halt da auch noch dinge bauen wir sollten eigentlich schon die ganze zeit räumen aber ok gut wie schaut es aus mit allein da oder haben wir acht leute und nix werden dort erst mal wieder gar nix das bauen dann hätten wir das problem gar nicht so wie schaut es mit der rohkolbencracker aus 590 1000 karotten 1000 krillkartoffeln 200 teichrosen 2500 brot bären haben wir auch an gebäckstücke haben wir auch ja rohkolbencracker haben nur die wenigsten bis jetzt wenn man fast links verteilt haben ja dann kann es eigentlich jetzt so an gegrillte kastanien alias maroni und kastanien waren bei kastanien ist ein extra baum wieder ne der kastanienbaum stimmt er war extra wieder ja die frage ist macht mal jetzt mit nur ein extra kastanien denkst du was nur grün weg dem ja es war jetzt schon praktisch wenn wir da nur mehr und hätten gern bezirk für bäume die ganzen baumsachen da war dies der baum holzbezirk glaubt das lust mal so mehr bloß das ding dann ist kastanien ding dann noch mehr anders machen es ist woanders ist ja wir schauen was ist doch herunten was nur ruinen zeig das ist das ok 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 was sagt es mir doch wie hoch das lol es gibt das am maximal höhle höhe an also gebilden soll ich gar nicht sehen dass das geht ok ja holt es wird langsam wieder so erholt sich so langsam von der ganzen dramatik da ich würde mal sagen wir macht man da herunten ein bezirk her ich weiß noch nicht so ganz wie und was wir machen auf alle fälle dann da einen weg her und einen weg von da hat jetzt mal so sagen weil wir brauchen wir sowieso ein bisschen platz ich würde mal schauen wo ist der bezirk ding ist da das trick zentrum ich so ist wie klar das ding ich es geht ich habe es dann erstmal recht frei zum tor jetzt eigentlich daher gesitzt aber da geht es noch nicht und jetzt muss einfach so nah wie möglich an den berg oder jetzt mal so dann müssten wir ein paar häuser bauen haben wir ein bisserl obwohl eigentlich brauchen wir keine häuser wir müssen sie noch nicht haben wir brauchen jetzt machen wir einen weg zum nächsten also zum bezirk zum nächsten jetzt einfach mal so straight wie möglich machen wie man sagt das tut da schon gescheit einer zimmern und dann kann man da richtig gut zeigen aber man das macht gar nicht so viel aber das war laut kannst du da so haben wir teuerke leid haben jetzt da jetzt einfach mal weitermachen lassen weil der bezirk der geht ja nicht deswegen das trick geht deswegen ja nicht kaputt oder wird schlechter oder so müssen wir schauen woher der bezirk eigentlich auf gehört am tor tor her woher dann geht da der bezirk um brauchen wir da eine treppe macht man ist der weg jetzt wieder hunderte dauernd bis der da kommt wenn er überhaupt es kommt ja das hilft genau gar nichts aber er wenn er ja hat ich weiß was wie wir das jetzt machen da können wir das auch hier machen sagen wir so jo macht man da jetzt einfach das damm ding da weiter was wir sowieso ich weiß es wir wenn er zu فocamen w developed also würde so weit vergeht ersten vier 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 auch mal zwei ist mal so ganz okay aus gehen da kommt so eine plattform her eigentlich braucht man es nicht aber ich mach es jetzt einfach mal weil sonst kommen wir da nie her jetzt mal bitte da ist abreißen einmal abreißen bitte ich glaube der weg geht gar nicht soweit ne er hört auf weg er da auf jetzt aber weil er da so und dann so macht wenn er da einfach geht hat hey warte mal wenn er da geht hat dann hat er da viel wenn der da umgeht oh mein gott ich bin so doof wenn er so doof das ist eigentlich mit mir falsch prio da merkt man dass ich schon ewig noch mal im hauptbezirk war oder einfach überhaupt das kann ich hinhab ich mir ja leicht bis dahinter muss ich bloß das doch mal kurz weg mal da müssen wir ja easy da herkomme plonken plonken und holzscheite beides da eigentlich doch ist denn unser ganz zeige gekommen ist da nix mehr drin oder weil ich so viel ausgeschalten hab ich war mal netze neki versorgung 300 neki versorgung 400 aus jetzt müssen sie hören gut aber nochmals mit planen was zu nehmen was mit die ganzen planen oder passiert aber ich verteile mit da ist das planen verteilen das war dann minimal hat super funktioniert dass sie den aus dem distrikt gebracht hat so okay jetzt hat es mal offen der ist leer perfekt da war mal der plan dass wir da nur reihe holzlager hätten aber momentan brauchen wir das halt nicht der wird wahrscheinlich das ganze wieder ein bisschen abziehen erstmal aber da kann sich nichts ändern wir müssen erst mit dieser bauen so jetzt können wir uns das mal anschauen also da kommt es hellgrün daher wenn es da so straight aufgeht oder so dann haben wir da schon und da haben wir so das wird jetzt gleich äußer richtig cheesy so leider nicht jetzt kommen wir einfach easy bis dahinter da easy genau dies ist das was wir brauchen es ist perfekt was das so jetzt ist dass ich das nicht schon ändern gesehen habe keine ahnung aber das da ist auch ganz wichtige baustelle jetzt dann sie müssen dann daran das machen sie werden da nochmal hinkommen ich sage ich mache da einen weg her dann können wir die nochmal da da auf ja genau dann müssen wir da mal die ressourcen weg machen wenn wir da bauen können dann können wir die da auch weg machen diese vergammelten Löwenzahn die Sachen da perfekt ich glaube ich da das luktischen grund einfach da über die blaubeeren abpflanzen vorerst oder so aber muss jetzt nicht sein ne was haben wir jetzt alles wie cracker ist 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 wir haben alles da Teichrosen haben noch ein bisserl hinterher was soll ich warum auch wenn man für Teichrosen da braucht man mehr davon was ich weiß was man Mehl macht da machst du mal Mehl und dann kriegst du viel raus ja wisst ihr wie das ist ich will mal kurz mal das da wegklingen äh genau das läuft alles das ist so geil das ist das läuft einfach das macht so Spaß ähm haben wir da Leute übrig na haben wir nicht aber sie haben ein Haus sie haben endlich einen Weg gebaut wow ihr habt endlich einen Weg gebaut unglaublich man glaubt es kaum du 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 äh Arbeit Bauarbeiterunterkunft ich würde gerne hohe Priorität geben haben wir da irgendwas äh gebaut machen wir keine Leute dafür das ist in Ordnung also ich sag mal ist mal wieder mega ich verstehe das sowieso nicht so ganz das kommt von oben auf den unten so in der Nacht ist das so mega langsam und auf einmal ist das so ultra 612 24 360 816 420 So stehe ich nicht so ganz gerade. Ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, die Schleusen müssten mehr an dem Ding da sein, dass das mehr so da direkt ist. Aber ich kann es jetzt auch nicht ändern gerade. Ich glaube, dass wir da unten einfach einen Block braten. Ja, wo das da weggemacht. Soweit ich gesehen habe, können die auch anders gehen. Müssen wir den mal kurz wegmachen. Der kann da was herbauen, was testen. Macht's mir da bitte sehr. Alles andere, was jetzt erst mal passiert zum Bauen. Alles was irgendwie offen ist zum Bauen, was irgendwie Holz braucht oder so. Das muss jetzt Bauen. Wie es nicht Bauen wird, kriegt es nicht so. Das ist einfach mega witzig, weil beide das dritte einfach hier warten, dass das fertig wird. Das ist ja echt wichtig, weil durch das ist dann da, da sieht man direkt da, da läuft es genau um. Und deswegen läuft das alles da raus und nicht da, wo es hin soll. Das ist nämlich so ein Problem, was wir haben. Und dann, das macht dann einfach Konsens, oder? Das macht so mäßig schon okay aus, gell? Genau. Planken mäßig ist auch gut. Holz mäßig. Oh, es wächst endlich wieder Holz. Das erste Mal, dass ich wieder sehe, dass da Holz wächst. Das ist mega geil. Da können wir endlich unseren Deich erweitern. So. So. Jetzt haben wir nämlich das, das. Und dieser Bezirk geht jetzt einfach dann schon mal mindestens bis da her. Oh. 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 Oh stimmt, das. Das war jetzt mal kurz zum ausprobieren, wie weit das jetzt wirklich geht. Scheiße. Und wir könnten bis da her gehen. Weil nur weil ich das nicht verstanden und nicht gecheckt hab. Dass wir das machen können. Wir brauchen. Wir haben hier gerade keine neuen. Nur weil ich diese Abkürzung benutzt hab. unglaublich mit mir da war es schon wieder schwierig und am besten war es da gewesen oder direkt vor dem das sehr mittig gestanden ist aber ist egal ich hätte gerne für euch dass jetzt mal das hier baut der Spot war jetzt gerade richtig und ich sehe gerade das ist ein tobe Ding das ist jetzt also nicht ganz so gut so ja noch viel Holz und so ich finde jetzt schon mehr gut so die 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 ich musste das so richtig sauber einlaufen jetzt da mal ja jetzt jetzt lauft es einer müssen wir bloß darauf ach geben dass das da nicht so komplett überlaufen weil der Plan ist ja auch dass das da dann mehr offen ist nur dass das da dann hinterher läuft dann haben wir das Problem gar nicht mehr weil dann kann man einfach sagen ja da hinten ja da kommt der Weine laufer passt schon dann ist das alles da mindestens so viel fruchtbar da ist das kleine Wasser Ding der wollte jetzt dann wieder mal ausdrücken weil der noch mal grün ist und deswegen müssen wir das ja bauen schon ganz witzig eigentlich das ist einfach weg das ist einfach weg das ist einfach weg das ist einfach weg so weht gerade was geschaut die ganze Zeit ich habe das schauts aus mit dem Boder hier ganz okay nur gell genau mit dem Boder der hat sich gefügt gar nicht mehr ich glaube dass wir da einfach ein paar Reitende Schleusen brauchen davon oder dass man irgendwie da dann sagt so da kann man eine her bauen oder man baut da das rum das soll jetzt eigentlich sein das ist so eigentlich der Sinn davon und das ist eigentlich bloß aus Notfallentlastung gedacht gewesen ich soll ja da gar nicht off sein richtig es soll alles hier da vorne ich habe gerade irgendwas um alles es soll da eigentlich alles rauslaufen und das soll ja trotz allem gar nichts auszukommen und manchmal ist halt einfach immer nur zu wenig einfach 600 und 300 brauchen wir eigentlich so wie schauts jetzt aus das Kiefer und Harz haben wir halt einfach immer noch nicht braucht weil das brauchen wir einfach nur für das bessere Holz dafür brauchen wir auch nicht das bessere Holz wie kann das eigentlich schon wieder sein wie kann das eigentlich schon wieder sein da selbst was ich nicht so ganz verstehe jetzt haben wir einfach schon vor allem wo ist das ganze Holz das ist die andere Frage 100 160 100 warte mal da 100 Holz da brauchen wir Holz da können wir nichts machen das ist die andere oder sonst kein Holz schade so wir haben jetzt wieder beim Weizen level 1000 82 und beides über 1000 und bei beiden 6 Mühlen wir haben einfach 6 Mühlen bei beiden umlauf eigentlich die halt nur mit der energie aber so krass einfach so das überläuft jetzt wieder wenn da bisschen mehr wasser kommt lol ich hab gerade raus gefunden wie ich das machen kann dass ich das so bauen kann dass das da immer auf Vollgas läuft no way oder da kommt das minimale weniger wasser ran oder was das war eigentlich schon witzig wenn dadurch dann das ganze da besser läuft wenn wir mal schauen was wir haben wir haben alles einfach so geil da 680 da 30 machen wir keine Cracker ich hab mir da die Cracker hier ja wir haben ja nicht so viele das ist das Problem da macht man nur zu wenig was wir haben 1000 Cracker wir sind da wir sind da 25 20 migrieren zu da 4 ne gott ich hab's das ganze buch wir sind da weiter ein bisserl wasser städte von mir vorgrafie die oma nur für die oma so kommt schon wieder die dürre teichrosen warum haben wir fast keine teichrosen ich weiß ja nicht warum ich das noch machen muss das sind die mal räumen 340 teichros wieder 1 oder 2 angestellt auf liefern wir das einfach nicht oder Oh, ich brauch doch mehr Leid. Deswegen. Oh, 20. genau so jetzt muss ich das auch laufen oder das lassen wir wieder rein oh wir mal da ish Okay. die dann einfach so das ist das nächste was wir bauen müssen da kommt der zert oder was da her da kommt das da kommt das da kommt das direkt vorher können wir diesen Weg wieder verbinden und dann können wir da auch Ski, Oma und so genau so Problem ich hab grad wieder nicht checkt dass ich da noch was bauen muss das muss ich natürlich machen bevor die da irgendwie rumwurscht natürlich die verteilt zentren und noch mit zentrum bla 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 brauchen wir natürlich da unten die 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 muss bei dies dann zum distrikten zu nahe machen es wird kastanien so also auf der anderen seiten von dem ding haben wir unseren und jetzt haben wir endlich den bypass den wo ich schon so lange ersehnt habe dass wenn da was überlaupt scheiße 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 wieso läuft es jetzt über wieso laufst du jetzt über verstehst nicht ausgerechnet jetzt die ganze zeit hat nix gefeilt und auf einmal läuft es über dieses scheiß ding ist mir doch komplett rollen dieses genau das was ich da noch mal mache ich diesen bypass haben der wo sachen ableitet da wenn es wirklich brenzlig wird und man sagt jetzt auch schon der lauft voll und er lauft voll und er lauft voll weil einfach da das ganze wasser drüber gelaufen das machte der erste es war davon mehr wasser gekommen so ganz wieder von mir wurde noch umbenannt genau kastanien bla ja da fällt uns jetzt zeig ist jetzt leider so aber kann man den ändern aber der firma ist andere an essen und so brot teichrosen plan wir haben alles im überfluss wir haben jetzt wirklich alles im überfluss wenn wir jetzt 500 gigabyte teichrosen einfach nur so doof weil so doof war dass ich die dinge sind verteilt sind darum nicht so viel leid gesteckt habe ist da eigentlich waren alle das sind jetzt schon die knackpunkte wenn dort zu wenig leidern die tragen halt dann alles zeig nicht rüber aber die haben nicht dafür zuständig dass sie das rüber tragen jetzt zum beispiel die teichrosen da nicht rüber tragen dann können sie das auch nicht grillen wenn sie es nicht grillen kriegen wir da wiederum nicht das zeig rüber oder wir haben jetzt ein zwanziger wir haben ein zwanziger ding schau dir die so war fast alles grün lol wie geil ist denn das bitte haben wir schon wieder am überlaufen versteht denn das macht überhaupt keinen sinn einfach da ja das ist halt ultra scheiße in dem moment wo das ist werden die weiter wachsen sobald ich das verstanden habe wenn sie überflutet haben ist halt so bringt gar nichts sie dann halt auch nichts wenn sie überflutet haben also das muss nur gebaut werden weit auzis perfekt so wir können jetzt essen das ist das herbringer wir können das ist das ist das bämm bämm bämms dann kommt so eine dinge hier dann kommt die treppe her dann kommt der weg her dann kommt der distrikt her da kommt der weg her dann kommt der weg her dann kommt hier Rohrkulbencracker ok haben wir dann brauchen wir von hier brauchen wir Kartoffeln haben die eigentlich Kartoffeln ja Kartoffeln das ist das und ok dann brauchen wir da brauchen wir jetzt einiges ähm gegrillte Teichrose gegrillte Grillkartoffeln brauchen wir oh ich kann mir nicht mehr oh dann müssen wir da so machen äh Karotten war noch genau Karotten weil da oben war noch Brot und Dings da ist schon wieder was flutet da Auergebäck Auergebäck Brote ich frage jetzt wie viel Essen haben wir jetzt zuhause eins eins, zwei, drei vier, fünf, sechs, sieben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs 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 und eine Sonnenblumenkerne oh lol hab ich die da überhaupt fällt mir gerade ein ja, hab ich da auch nicht ne ja, hab ich da auch nicht ne ja, hab ich Sonnenblumenkerne, bring ich den so rauf ja ja Sonnenblumenkerne die hab ich schon wieder voll verpennt wow ok jetzt haben wir sieben ja genau sieben vor acht ne er ist an der Ochte gut wir haben 105 Leute die nichts zu tun haben nehmen wir mein Foto auf Kastanien 4 hier hier schicken so warte mal, jetzt brauchen wir nur Holz ja eigentlich baue ich ja immer direkt an dem Spot nochmal einen dass ich den und den verbinden kann aber weiß nicht ich glaub das mach maximal da nochmal ein bisschen da Ressourcen so preisen äh und so das andere ist äh 2 mit 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 7 8 9 10 9 11 12 13 15 12 12 15 15 20 16 wir warten da immer noch auf das dass die da wieder arbeiten können da können jetzt endlich die setzen abgabestelle ist perfekt patronus da besitze noch nichts was irgendwie so raubend ist wenn wir da aber schon die leid die wollte essen können wasser haben wir da noch nicht das war so ein punkt das war so ein punkt was wir noch brauchen oder brate natürlich auch lasst ihr natürlich verhungern und verduschten so etwas immer wo die handel und schön so rum okay so ressourcen weg kronen dann brauchen wir holzlauber brauchen wir nur auf das braucht man immer wenn man so holzlauber nicht irgendwie andere lager bauen wir erst später da die sagen das macht nicht viel sinn wenn wir dort herumwurschteln sie müssen das bauen ja essen ist etwas so inzwischen ist das alles so luxus also kein luxus mehr so ist einfach da weil wir sind einfach so easy schon wasser speichern ist jetzt auch nicht so die schwierigkeit für acht tage ich zeige es mal sagen wenn man einen ganzen monat oder so durchhalten mit dem wasser was man irgendwie speichert dass man sagt so ich muss jetzt 33 30 40 tag mit meinem wasser zu reihen das schaffe ich nicht weil dafür habe ich einfach zu klein speicher dann müssen die das alles weg machen und ein riesen ding bauen so mindestens drei blöcke tiefen damm oder so machen dass das halt auch gescheit funktioniert es geht halt einfach nicht ganz viel vergessen dann schaut dass man diese nicht schön abbauen kann prinzipiell kannst du ja trotzdem aus holz nutzen kiefer sie ist gestorben so sieben tage oh ja so ist das weg fällt mir gerade auf gut yo wenn es euch gefallen hat lasst uns einen like dann sehen wir uns dann morgen bei der nächsten folge zimmer bauen und bei minecraft also bis dahin hauvi diri ciao ciao bis dahin hauvi diri 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 bis dahin hauvi diri